In Berlin geht es derweil ganz konkret um Ihr Geld. Um die Frage, wie teuer wird der Winter jetzt nun wirklich? Das Bundeskabinett will heute den Weg für weitere Entlastungen freimachen. Im Dezember soll es schon losgehen mit der Übernahme von Abschlagszahlungen. Und es gibt weitere gute Neuigkeiten. Statt dass die Gasbremse erst nächsten März greift, gibt es einen Beschlussentwurf, der besagt, dass es schon einen Monat früher im Februar losgehen könnte. Sprechen wir darüber hier in unserem Studio. Jetzt Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Schön, dass du hier bist, Jan. Die Zeit drängt. Viele schauen in ihren Geldbeutel und fragen sich, was ist denn nun? Und haben vor allem auch Schwierigkeiten, was, wie, kann ich überhaupt irgendetwas billiger bekommen? Bring ein bisschen Licht ins Dunkel. Es ist ja wirklich auch kompliziert. Heute ist ein großer Tag, was die Beschlüsse angeht, muss man sagen, noch nicht die Umsetzung, aber die Beschlüsse. Genau, vollkommen richtig. Dieser sogenannte Gasabschlag, der im Dezember ansteht für alle Haushalte, die eine Gasheizung haben oder auch eine Fernwärmeheizung, der soll heute beschlossen werden oder ist beschlossen worden vom Kabinett, muss jetzt einmal noch durch den Bundestag. Das dauert immer noch ein paar Tage. Aber dann haben Millionen Mieter und auch Eigentümer die Hoffnung, dass sie, wenn nicht im Dezember, aber so zumindest im Frühjahr oder vielleicht auch erst im Sommer mit der Nebenkostenabrechnung dann für einen Monat den Gasabschlag erstattet bekommen. Und zwar vom Steuerzahler, vom Staat. Und dann gibt es heute den großen Bund-Länder-Gipfel am Nachmittag ab 15 Uhr. Und dort geht es um weitere Entlastungen, unter anderem um, du hast es gerade schon gesagt, die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse. Beides soll im nächsten Jahr kommen. Die Strompreisbremse soll eingeführt werden zum 1. Januar. Das bedeutet, dass der Strompreis dann gedeckelt wird bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Die Gaspreisbremse ist ehrlicherweise, muss man sagen, ziemlich hoch. Wir liegen jetzt etwas über 40 Cent, aber wir lagen bisher deutlich, deutlich drunter. Und deswegen aber immerhin eine Deckelung ist dann da. 40 Cent pro Kilowattstunde, aber nur für einen Teil des Verbrauches, nämlich für 80 Prozent. Und dann gibt es die Gaspreisbremse, auf die sich ja auch schon viele, viele Menschen freuen, die bisher im März kommen sollte. Sie soll jetzt im Februar kommen. Das soll heute Nachmittag beschlossen werden. Und ebenfalls wird hier der Gaspreis gedeckelt bei ungefähr 12 Cent pro Kilowattstunde. Und das passiert nun, wie gesagt, nicht im März, sondern mutmaßlich schon ab Februar. Achtung, wieder ein Haken. Da die Umsetzung schwer ist, wird man das wohl rückwirkend machen zum 1. Februar. Bedeutet, sie greift erst im März. Keine Sorge, aber man bekommt den Februar dann auch schon rückerstattet mit dieser Gaspreisbremse. Die auch, und das gehört noch dazu, um es vollständig zu machen, nur für 80 Prozent des Gesamtverbrauches gibt. Also die Haushalte bezahlen vier Fünftel dessen, was sie verbrauchen mit dieser Preisbremse. Und das letzte Fünftel, was sie verbrauchen, das wird dann zu normalen Marktpreisen, damit sehr teuer bezahlt. Du sagst es gerade, die Gasnutzer freuen sich, die Gaspreisbremse kommt. Aber ist das wirklich eine gerechte Regelung? Also ich meine, was ist mit denjenigen, die mit Öl heizen? Das ist richtig. Es gibt auch viele Beschwerden. Ungefähr jeder vierte Haushalt in Deutschland heizt noch mit Öl. Gerade auf dem Land ist die Ölheizung noch sehr verbreitet. Das ist ein Dauerkritikpunkt auch an dem, was die Ministerpräsidenten heute mit der Bundesregierung beschließen. Es gibt da einen sogenannten Härtefallfonds für jene Haushalte, die mit Öl heizen, aber trotzdem am Ende ihrer finanziellen Kräfte sind. Die können sich dann an diesen Fonds wenden. Wie genau das dann funktioniert, das muss noch ausgestaltet werden. Aber richtig ist auch, es gibt keine direkten Hilfen, also es gibt keine Ölpreisbremse. Zumindest nach jetzigem Stand nicht. Jetzt kennen wir ja aus der Vergangenheit bei anderen Themen, dass sich Bund und Länder nicht unbedingt immer grün sind bei gewissen Themen. Wo liegen heute an diesem so wichtigen Tag die größten Knackpunkte? Ein großer Knackpunkt, zumindest in den Stunden, auch in der Vorbereitung dieses Gipfels, die letzten Stunden, war das 49-Euro-Ticket, der Nachfolgefahrschein für dieses sagenumwohmene 9-Euro-Ticket aus dem Sommer. Warum gab es da Probleme? Weil das Ticket von den Ländern extrem gewünscht wird, ist verständlich. Aber die Finanzierung immer ein Problem ist, denn für 49 Euro bundesweit zu fahren, bedeutet natürlich, dass irgendwo anders das Geld herkommen muss. Es kommt dann wieder von allen, vom Steuerzahler. Und in dem Fall ist es aus dem Säckel des Bundes, also der Bundesregierung. Da hieß es bisher, 1,5 Milliarden sollte der Bund zusteuern. Das war den Ländern zu wenig. Und jetzt muss man einfach schauen, wie es am Ende ausgeht. Aber auch da sehen wir die Signale, man wird sich einigen. Fraglich ist, wann startet das 49-Euro-Ticket? Es sollte bisher zum 1. Januar kommen. Wir sehen aber in den Vorlagen, die es jetzt gibt für den Gipfel heute, dass es heißt, so schnell wie möglich könnte also auch 1. Februar werden, vielleicht auch 1. März. Schauen wir mal gespannt, was da heute am heutigen Tag alles entschieden wird. Das geht nämlich um Ihren Geldbeutel. Zu Hause haben wir natürlich einen ganz genauen Blick drauf. Jan Schäfer, danke für deinen Besuch im Studio.